Hier ist wieder Danz218Tube. Ich bin Danz218 und zeige euch hier jetzt das neueste Video. Diesmal zocke ich Roblox Uno. Und... Ja... Let's go! So... So... Woah! Äh... Scheiße. Äh... Man, ich kann immer noch nicht. Ja... Schon besser. Ja, immer noch gut. Immer noch gut. So läuft's. Ja! Das ist jetzt... Ja! Nice! Macht weiter so ihr... Uh... Oh no! Er hat gleich schon fast gewonnen. Oh mein Gott! Alter! Was ist das? Alter! Ich hab gewonnen! Ha! Ihr Affenmongos! Nice! Okay! Jetzt gucken wir mal nach, ob ich eine Match beitreten kann. Dann... Nix! Dann... Ja! Ja! Warten auf andere Spieler. Sind da überhaupt andere Spieler? Ja! Sinds! Ja! 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 Da läuft nichts! Dann halt wieder gegen... npcs das ist immer safe weil bis man auf andere spieler gewartet hat wie schon gesagt ich mache nur zehn minuten videos oh mein gott was für ein geiles deck ja geil ich will noch keine karte ziehen ich habe ja da ist ja okay rot 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 alles klar wieder rot immer noch rot nein ich will meine karten die kleinen süßen kärtchen die farbe wechseln so was 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 naja ja 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 jetzt kann ich ja gut 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 was ernsthaft nein 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 warte 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 scheiße der das geht hier so gar nicht gut was nein ich muss na danke danke dass ich hier darf cool cool was ich habe doch gewusst dieser afmung und der gibt er wird doch gewinnen was ist ja okay alles cool ist nur gegen npcs ja starten so einfach ich kann nicht praktisch ist ja das wird scheiße für mich so ist ja gut interessante runde für mich vorerst ja und da sind wir wieder definitiv blau ja danke okay nein nein scheiße gut noch besser das war guter zug wie es ja wo hoffe ich habe ich wollte gerade sagen hoffentlich in aller grün oder blau das oder sowas halt ba mir ist geil ich schwöre so nice ich guck mal kurz nach wieviel ja noch eine runde mache ich hier kommt noch an wie lang diese runde wird wenn es kurz wird mach ich noch eine runde wenn es länger wird man weiß ja nie wie gesagt ich mache nur zehn minuten haupt ding und ich werde aber danach nach dieser runde noch was sagen also ja das ist einfach die letzte runde sagen weil ich kurz sagen möchte okay der trott genommen 2 ziehen wie es hier wäre was so er so schön farbe wechseln aber ich finde ich finde es voll interessant dass das ist jemand einfach geschafft hat uno in roblox einzufügen das finde ich krass und vor allem dass man okay ich habe gesagt ich werde ja doch nur noch eine runde machen ja das wie das ist noch nicht vorbei denn ich möchte noch was sagen dadurch dass ich ja auch immer wieder mal da ich viele konzepte so lange mache und so werde ich jetzt von roblox erst mal eine pause machen auch genau wie gestern von den ios spielen einfach weil ich es einfach nicht raus ziehen möchte deshalb mache ich erst mal eine pause und werde irgendwas anderes versuchen weil eben ich möchte nicht dass es irgendwann einfach nicht mehr ankommt weil es einfach tausende videos davon gibt ja somit ist das auch vorerst das letzte roblox video unser wirklich das letzte roblox video das sage ich weil ich ja schon mal gesagt habe ich mache es nicht und dann trotzdem weiter gemacht diesmal meine ich es ernst ja also das war es wieder mit dem video bis zum nächsten mal falls du dieses video gefallen haben sollte dann lass ein like da und wenn euch meine anderen videos gefallen dann abonniert diesen kanal und drückt auf die glocke um kein neues video zu verpassen bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.